Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 83 von Narvorion. Ja, Thomas Stiller hatte geschrieben, ich habe die Hoffnung, dass ich stark genug bin für den Kampf gegen den Piraten. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir den finden. Wir waren durchs Tor gesprungen. Im neuen Sektor gibt es dann tatsächlich hier, ich sag schon, ein Sprungtor. Hier gibt es nur Korvetten, das heißt, wir können leider hier nichts erfragen. Kurz in die Karte geguckt, wo springen wir da hin? Ja, das ist gerade ein bisschen doof. Das geht hier unten irgendwo hin. Keine Ahnung, wo das Tor hingeht. Sollten wir da mal gucken. Achso, das ist knapp daneben, der Notruf okay. Ja, ich würde mal sagen, wir springen da, springen nicht, sondern wir fliegen da kurz mal rein und schauen, wo die Reise hingeht. Wenn wir schon so einen weiten Sprung machen können durch so ein Tor, dann sollten wir es auch tun. Vielleicht ist ja eine andere Fraktion, die wir dann kennenlernen. Mal schauen, oder? Aber ich glaube, die Fraktion ist die gleiche geblieben, oder? Oh, nein, doch noch nicht, vielleicht. Ja, ist ja doch eine ganz andere Ecke. Wir sind jetzt im Süden gelandet. Ja, komm, wir springen mal einfach eine Runde weiter und gucken, ob wir da was entdecken können. Warte mal, hier sind ja Leute, aber nur Korvetten. Jetzt springen wir erstmal einen weiter. Aber die Fraktion ist, glaube ich, die gleiche kann das sein. Auf jeden Fall waren die auch gelb umrandet. Laden. Geladen. Bergbauschiffe, ich glaube, die kann man nicht fragen, oder? Zum Erleiter, weiß ich nicht. Ich frage immer nachher, ob es noch ein Meter ist. Die ist okay. Gut, das heißt, wir sind hier wiederum zu weit weg. Ja. Zwei Schirrle von die... Keine Ahnung, wie die heißen. Springen wir mal da hin. Weiter zum Zentrum. Wenn wir fragen sollen, was da los ist, dann fragen wir, was da los ist. So, ein bisschen näher rein scrollen, vielleicht, naja, okay, wäre auch egal. Springen wir näher. Schauen wir mal. Hier ist aber eine andere Fraktion, oder? Alles Korvetten. Ich kann's ja mal probieren, aber ich glaube, die gingen nicht, ne? Nein, da geht nix. Neutral sind die zu uns, okay. Da gibt's ein Tor nach da, und da gibt's ein Tor nach da. Unser Scanner reicht tatsächlich bis dort oben, ne? Ich springe einfach mal da hin. Und hoffe, dass wir da was erreichen können, ne? So. Was gibt's da? Nix. Wir sind ganz alleine hier, aber kein grünes Symbol, wundert mich, ne? Normalerweise kriegt man doch immer ein grünes Symbol angezeigt, wenn man schnell sprengen kann, ne? Äh, ja, fliegen wir da hin. Schauen wir mal zu, dass wir in die Richtung kommen. Und? Gucken wir mal hier, zwei Korvetten, schade. Hier gibt's auf jeden Fall interessante Dinge. Aber ich seh sie nicht. Ich dachte, das wäre ein Asteroid, aber das ist keiner, oder ist einer, aber... Okay, hier kriegen wir nix. Da oben ist dann ein Riss. Trotzdem gehen wir die Koordinaten gerade noch ein. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Und weg sind wir. Schauen wir da. Und da. Hier gibt's hier was. Nix besonderes. Na, hier sind das hier, die Nyaudo. Die mögen uns nicht so ganz. Rechts gibt's keinen Blips. Na ja, dann nehmen wir den linken hier. So, dass wir da hinkommen. Die Zeit ist runter. Computer hat berechnet. Wir können dann ausgerichtet starten. Ja, die Moral in den Quartieren, die geht runter, ist klar. Wer kein Bett hat, das ist auch doof, ne? Und wenn man ist im Bett und ist noch warm, ist auch doof, ne? Wieder nur eine Korvette, das ist aber echt doof jetzt hier. Guck mal, das ist ein Asteroid. Und da, der gerade mal hier so eine Ecke vor unserer Nase rumschwert, nehmen wir den mal mit. Keine Ahnung, wo für's gut ist, aber ich will den jetzt haben. Ich will auch wissen, ob das Zeichen da oben weg geht, wenn wir den eingenommen haben. Wenn das das Einzige ist, ist das Nächste, ne? Naja, hier gibt's Beziehungen. Die schlechten Beziehungen können wir verbessern. Oder den Hellkick. Lass mal gerade gucken. Ne, das war falsch. Das I ist richtig. Also die, mit denen ist die Beschwingung schlecht. Okay, das wäre aber dann vielleicht auch neutral. Und die anderen sind die. Da könnte man es vielleicht sogar auf gut schaffen. Das wäre dann vielleicht eher wichtig, oder? Ne, nix Minegründen. Asteroid an die hier verkaufen. Beziehung zu, der hält um 2257 verbessert. Ist aber leider immer noch neutral. Aber der Weg geht dann da hoch. Gut, äh, Karte. Ja, toll, dass hier so eine Kreuzung ist, ne? Echt ärgerlich. Dann müssen wir wohl da hin. Hier kommen wir leider nicht weiter, ne? Dann müssen wir da hin springen. Naja, ist halt so. Kann nicht alles haben, ne? Schauen wir mal. Nur Korvetten. Dann geht die Reise gleich da hin. Ausrichtung passt. Jetzt in Sekunden brauchen wir noch. Hier ist nix. Wenn man zehn Sprünge in den leeren Sektor macht, dann kommt es Vox. Okay. Wäre das ein Versuch wert? Überlegt lange, ne? Und tut es trotzdem nicht, aber... Aber zehn Sprünge kommen wir mit unserem Ding jetzt hier auch wieder nicht hin, ne? Hier gibt es keine Schiffe, oder? Ne. Aber zwei Türme. Ja, ein Wurmloch gibt es hier auch, okay. Da ist ein Wurmloch. Wo geht das Wurmloch hin? In Richtung Zentrum. Dann fliegen wir da mal hin. Wurmlöcher nehmen wir gerne mal mit, oder? Einmal durch. Gucken. Oh, das ging aber schnell, wo wir da rausgekommen sind. Aber auch nicht so weit, das ist auch vielleicht schon ganz gut, ne? Ist hier noch wer? Oder ist Wurmloch? Dann springen wir mal da hin, weil dann kommen wir vielleicht um die Kurve, wenn. Schauen wir mal ausrichten. Sprungzeit ist schon rum, berechnet ist auch. Let's go. Okay, wir werden gehindert, irgendwo hin zu springen. Schiffswerft, Station, Herrscher von der Fregatte, die Herrscher von der Fregatte, okay. Wer hat jetzt geschossen? Der da. Okay, die sind schon etwas schwieriger. Die haben Schilde vor allem. Ja. Unser Schild schon down, oder was? Fünf Schüsse und das war's, oder wie? Da sind zwei Tore. Das ist eine Fregatte. Okay, wir sind durch. Und haben ihn jetzt gleich zerstört. Zwei billige Teile können wir aufnehmen, oder? Was war das denn jetzt? Dreifach Maschinengeschützturm und da oben schwebt noch was lang. Unser Schild ist wieder da. Und das andere ist ein HS-Überbrücker, okay. So, wo sind die anderen? Da. Wir haben unser Schild mit einem Schuss gerade kaputt gemacht, kann das sein? Also die haben eine Kraft ausgesetzt, die das zerstört hat, oder? Und wir kommen auf jeden Fall an das Schild vorbei. Okay, da kommt ein zweiter. Ist immer doof, zwei. So, jetzt bitte an den Schatten von diesem Schiff am besten. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zerstört werden. Das Schild ist gerade mal hochgekommen und sofort wieder da. Na, da kommen wir jetzt erst hier weg, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn, dass wir uns ein bisschen erholen. Schild ist ja auch runter, ne, wie wir sehen. Was ist denn das für ein Schild hier? Hyper-Raumblocker. Ah, der lässt uns nicht springen, ne? Okay. Das ist die Fregatte, die wir runtergeschossen haben. Keine Fracht. Ah, jetzt kommt noch ein Torpedo an. Zwei. Haben wir beide erwischt. Aber wir müssen jetzt hier weg. Okay, der hat uns erwischt. Der nicht, den sind wir ausgewichen. Torpedo im Anflug, okay. Okay. Ach, nicht so doller, gerade hier. Schiffswerft. Ach, das ist ein ganzer Sektor hier, den sind im Endeffekt. Ach, das sind gar keine Piraten, das sind nur Feinder, okay. Ah, ich glaube, wir werden jetzt mal hier gerade Gassi abhauen. Okay, das hat so nämlich keinen Sinn. Wir müssen dann gucken, dass wir durch irgendein Tor da rauskommen, wenn es geht. Springen kann ich nicht, oder wie war das? Ah, das ist auch wieder so ein langer Ding hier, ne? Warte, können wir gleich weiter mit der Sprungroute. Aber wir haben keinen Saft mehr. Die Sprungroute wurde berechnet. Wir müssen in die Richtung. Ich weiß nicht, ob wir springen können, aber es könnte sein, dass wir nicht genug Saft haben. Doch, wir können springen. Glück gehabt. Also, das sind arge Feinde, die wir da gerade aufgespürt haben. Und da kommen wir nicht weiter mit denen. Und das waren keine Piraten, sondern das war eine Fraktion, die uns negativ ansieht. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt dann mit, wer es nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ah, wir sind zu weit in der Mitte der Galaxie. Alles klar, wir sind mal bescheid. Also, nichts Tolles hier, ne? Dann da die Koordinaten gesetzt und wir sehen uns im nächsten Sektor, in der nächsten Folge. Ciao!